Hey Freunde, willkommen zum heutigen Test. Heute sind die Full Sky Raketen dran mit 40 Gramm von China Red aus den Niederlanden. Bezahlt habe ich hier für 7 Raketen 20 Euro genau. Und wie gesagt, wir haben hier 40 Gramm Raketen. Persönlich kenne ich die Raketen so noch gar nicht. Ich kenne auch China Red nicht oder Red-China. Da können wir mal drauf schauen, zwar NEM. NEM wie gesagt 600, ne, 265 Gramm. Also ich denke mal die werden alle mit Komma gefüllt sein. Werden wir dann, denke ich, mal draußen nochmal sehen. Also Freunde, wir sehen uns gleich draußen, beziehungsweise Full Sky von China Red. Niederlandisches Feuerwerk. So, wir machen weiter wie versprochen hier. Wir haben jetzt hier die Full Sky Raketen. Wir fangen an mit den kleinen Raketen. Also eine Bezeichnung haben wir jetzt nicht. Da hinten jetzt eh eine schöne Batterie nach dem anderen hoch. Oha. Schönes Golden. Dauernd sterben. Ui. Ich kann die Raketen wohl runter. So, machen wir die Raketen noch ein Stück weiter weg. Und dann machen wir die kleinen weiter. Oh, nur die Rinderhandsloch. Ey, ich triff's Loch nicht, Leute. Jetzt. So, die nächste kleine Rakete von dem Full Sky. Red-China. Oha. Ist ja riesig. So, die nächste kleine. Auch wieder, wie gesagt, mit China. 40 Gramm Raketen. Die sind ja richtig gut. Also kann ich jetzt nicht meckern. So, dann haben wir noch vier große. Da werden wir mal schauen, dass wir die vielleicht in eine andere Richtung lenken können. Ich denke mal, die werden jetzt anders fliegen. Ich bin so. Ich bin zweifelig. Schönes Gold. So, die nächste Rakete. Die Blinker stand ein bisschen nicht so lange. So, machen wir gleich die nächste. Hier sind wir mal die letzte aus dem Set. Machen wir das Set auch durch. So, von mir schon mal eine Kaufempfehlung. Sieben Raketen, 20 Euro. Sind ganz gut. Schade, dass die letzte ein bisschen unscharf war. So. 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 Outro